ich glaube das ist ja bei den anderen dark souls teilen ja da gibt es ja dann immer strafen da wird stimmt das ich habe mir jetzt auch noch mal ein paar sachen angeguckt bei youtube also dark souls ist glaube ich echt ein bisschen schwieriger gewesen wobei das ja jetzt ja auch nicht ganz ohne ach so hier links die tür hat es ja letztes mal geöffnet genau ist bei dir die karte eigentlich aufgedeckt wo wir schon waren warte mal ja das ist auch immer ja da wo wir noch nicht waren weil bei mir ist nichts aufgedeckt ich laufe dir dann hinterher ne jo auf jeden fall ich drücke mal nach dem map ja hier sieht es gut aus das ist gut so jetzt geht es auf die mütze ach der fette wieder gleich am anfang wieder konzentration ist noch nicht da ja das dauert immer ein bisschen ja man geht da mal so blauäugig rein und ist gar nicht vorbereitet ja oh oh ich sehe nichts ja ich bin in der ecke oh gott oh gott wahrscheinlich sterben wir gleich beide ne nein oh jetzt habe ich escape gedrückt und dann oh gott oh gott das war gute arbeit sehr gute arbeit auf jeden fall gute arbeit gutes geld Ich muss mich gleich noch mal heilen. Ah, Fragment T. Wie die Energie steigt, führe ich cool aus. Ja. Da hinten gibt es gute Sachen zum Sammeln. Lecker, lecker, lecker. Ein paar M&Ms hier. Ein Lumenkristall gibt es hier. Das ist schon mal gut. Oh, da hinten gibt es was Lilanes. Das ist noch besser. Und ich höre schon wieder die Zombies. Ah ja, ich sehe ihn. Oh, was ist denn das? Das ist ein schöner Ring. So, jetzt muss ich mir erst mal den Ring angucken. Warte. Ring der Dornen, was macht die? Ausweich-Chance ist leicht verbessert. Naja, das brauche ich nicht. Ja. Das ist eigentlich der Kristall, den ich eingesammelt habe. Ach so. Den hast du? Ja, stimmt. Ring des Ausweichens. Genau. Habe ich bekommen. Ist der besser? Nee, ich finde nicht. Aber du kannst ja gucken, ob du den vielleicht... Oh, ich habe ihn mal aktiviert. Mal gucken. Ja, ich hatte ja dieses mit kritischem Schaden den Ring. Ja. Und einen mit erhöhter... Aber wir müssten eigentlich die gleichen Sachen haben, weil... noch nicht. Zack. Schön. Ja. Kann man ja hier lang schauen mal, oder? Hier waren wir ja bestimmt auch nicht. Wie gesagt, ich kenne ja die... Ach doch, da ist ja der, oder? Hier ist ja im Grunde der Kristall. Aber vielleicht gibt es hier noch ein... Oh ja. Das ist, wo wir herkommen, oder? Ja, würde ich auch sagen. So. Du kannst ja nochmal gucken, wo wir nicht waren. Ich mach die Map nochmal an. Also, wo wir noch nicht waren, ist... Genau. Wenn wir gerade ausgehen in den Gebäuden, waren wir noch nicht drin. Das ist gutes Eisen. Ja. 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 Finde ich ein bisschen blöd, dass der den Fortschritt für mich quasi nicht mitspeichert, ne? Mhm. Also mein Charakter ist im Grunde immer noch auf... Ja, hat noch keine einzige Mission sozusagen geschafft. Ja, stimmt. Das ist ein bisschen schade. Weil dann sehe ich ja auch hier jetzt nicht, wo wir schon waren und wo nicht. Und da ist so ein Krach. Ja. 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 Ich randaliere hier noch ein bisschen. Das ist gut. Das ist blöd, dass man die Karte immer so aktivieren muss. Also dass man immer M drücken muss. Na gut, auf der Minimap siehst du ja auch ein bisschen was oben rechts. Aber da ist ja wahrscheinlich jetzt dein Kamera, ne? Genau, warte mal jetzt. Oben links ist gar nichts. Ah, jetzt. Super. Ach, und wo ich da alleine gezockt habe, ne? Ich hatte ganz andere Endgegner erstmal als wir hier zusammen. Okay. Oh, hier gibt es einen Geheimgang. Hui. Wutstaub. Das lohnt sich hier zu, Sachen zu zerdeppern, ne? Ja. Schade, das ist nicht so wie früher, dass er mal sagt Secret oder so. Ja. Auch so bei Doom oder so, glaub ich, ne? Ja. Du achtest dann selber auf die Zeit, ne? Wann du los musst? Ja, ich hab mein Handy auch gar nicht hier. Aber ja, kriegen wir hin. Ich hab auch zwei WhatsApp Nachrichten bekommen, aber die kann ich mir jetzt nicht anschauen. Ich denk mal, wir müssen da lagen, ne? Ja. Doch, das stimmt, ja. Hier rechts im Raum waren wir, glaub ich, noch nicht, ne? Ja, da kann man gleich machen. Ja. Ja. Ich will auf den Fincher, aber ich sehe, gleich. Ja. 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 ja das ist auch ganz gut du kannst ja also wir können ja immer verschiedene etagen absuchen so hier waren wir auch noch nicht das ist auch gut oh jetzt sind wir hier bei der U-Bahn das ist auch gut ich glaube da müssen wir hin ja gibst den Kisten genau blutwürze gab es guckst dir an du sammelst hier nichts oh Mann das muss genauer laufen genau das ist ja widerlich sind ja auch kein Pilzer pflücker hier so noch ein schönes Verband oh ja jetzt geht es wieder in den Dungeon jetzt können wir wieder uns hier schön zurecht sterben genau richtig 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 gut